Was hab ich denn denn schon wieder geschrieben? Eins Feuer und Fleisch und Steak Leute Mütze Fleisch braucht man auch zum Überleben in der Kälte, verdammt Und denen ist immer noch kalt Tja, das kommt weil ihr die Sache nicht angezogen habt Und da ist der Yeti wieder Der Yeti ist wütend Kümmere dich um ihn, damit die Kletterer weiter den Berg besteigen können Töte ihn aber nicht Schlaf Schlafende Zaubertrank Das hab ich auch Super-Scribble-Notes gelernt Nicht töten, sondern vergiften Ich komme Ich komme Ich bin da Lasst mich nach vorne Lasst mich nach vorne Aua Hier Nutzen Ups, jetzt ist er doch runtergefallen Oh, Polarlichter Soll noch Polarlichter sein Die Kletterern Die Kletterer nähern sich den Gipfel Lege ein Objekt auf den Gipfel, dass man Ja das ist ja einfach Gipfelkreuz Gipfel Gelbkreuz Gelbkreuz Oh Leute Kreuz Kreuz Großes Ne Über Die 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 Über Die Dimensionale Kreuz Hier Leckt mich doch Leute Schatz Und Klettern Lernen sich den Gipfel Lege ein Objekt auf den Gipfel, dass einem der Kletterer gefallen sollte Ja hier Mönch Alpinistin Wissenschaftlerin Hilfe 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 Ach Nochmal ein Sekunden Ich habe immer mein ganzen Objekten, die ich hier rumliegen habe Das geht natürlich beim DS nicht Und nochmal einen Sekunden Ja, ich frag mal hier, Krillin, auf dem Berggipfel, bin ich dem Himmel am nächsten? Kloster. So, das leckt mich doch. Oh, ein Guck, der Star-Ride kommt zu mir. Weil's da ist. Und die Level ist ein Glück vollständig. Wuhu. So, was schreit denn hier schon wieder? So, ähm, wird mal Zeit. Was haben wir denn eigentlich da noch im Rucksack? Immer noch die... Habe ich den überhaupt niemals benutzt hier? Die Flügel sind immer noch in meinem Rucksack. Und die Objektivität haben wir auch noch nie benutzt. Ähm, gut. Und, äh, jetzt wollte ich den Avatar eigentlich mal wechseln. Option. Wo konnte man den Avatar dann wechseln? Ich hab's vergessen. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Egal. Wo konnte ich denn nochmal den Avatar wechseln? Scheiße. So, ich hab erstmal von dieser Schnee-Landschaft genug. Wir gehen mal zum Vulkan da hinten hin. Willkommen zum Vulkan. 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 Ja, natürlich. Will mal gucken, was ich dann an Avatar schon alles gesammelt hab. Maxwell. Den Bruder Wir haben schon so allerhand Ja Allerhand haben wir jetzt hier Ne? Wie heißt er noch hier? Tja, welchen nimm wir denn jetzt mal den Pirat hier? Jarrrr, heißt der Pirat So, und wir gucken jetzt mal mit Jarrrr Was uns zu bieten hat, diese Level hier Gib mir etwas, womit ich Fangen, womit ich Fangen mit meinem Freund spielen kann Ein Hund Was ist denn das hier? Geschickter, schneller Bio-Mod Über Dimensionaler Stock Ast Hier Dafür gibt es auch einen Splitter Fangen, so wie viel Splitter muss ich eigentlich? Hier Splitter Elf Oh, aua, aua Diesmal müssen wir aber richtig viel Okay Ich hab vergessen, was ich in diesem Vulkan werfen wollte Den Ring Das ist doch Bilbo hier Halbling Alter, das kann man nicht lösen, wenn man Herr der Ringe nicht kennt Jetzt muss ich mich mal beschweren hier Äh, Hilfe Ich dachte, er würde mich jetzt fressen So, die Missionen, wie viele Missionen haben wir eigentlich jetzt hier? Zwei Was ist das hier? Braune Dryard Naja Das war eine schreckliche Urlaubs... Urlaubsort Ach, ein schrecklicher Urlaubsort Boah, ich hab's mit dem Lesen heute Hilf mir den... Äh, Kind, das ist immer so Äh, ich weiß Hilf mir den Wassermangels abzuwehren Große Unendliche Wasser Unendliche Wasser Flasche Selta Flasche Oh Mann, ey Was ist denn los? Ey, dafür gibt's doch Oh, ey Das kann nicht sein, ey Da gibt man denn eine unendliche Unendliche Wasserflasche Was ist nichts? So, können wir jetzt hier fliegen, ne? Fliegen, ne? Was ist denn das hier? Och, können wir den aufnehmen? Können wir den nehmen? Hier, nimm mal den Blaster Den will ich mal ausprobieren Scheiße, den können wir nicht nehmen Hilf mir meinen Käl... Kälteren Mit einer Ich kann nicht mehr lesen Mit einer kälteren Energiequelle Aus meiner Strahlenkanone Eine Eisstrahlkanone zu machen Hm Eine Aus meiner Strahlenkanone Eine Eisstrahlkanone Eiswürfel Hier vielleicht Oh, das war ja einfach Oh, den will ich auch haben Jetzt hat er sich selber vereist Hahaha Hier, den wollen wir jetzt mal hier Piu Hahaha Ja, hier Piu Haha So Das ist gut Und hier Du wolltest noch Wasser Hier Wird zu Wasser So Sehr schön Ja, aber ich bin Pirat! Monkey Giraffe! Komm, dafür gib Splitter! Bist du meine Mama? Bist du meine Mama? Na, bin ich deine Mama? Ihr Alter! Halt den Mund, Mann! So, Entschuldigung, manchmal geht's nicht mehr durch. Also, was haben wir denn hier noch auf der Agenda? Oh, was wird das denn hier? Kleine Säule, stell die Lebensfunken bereit. Was ist denn das? Asche? Ich will mal was aufbringen. Geht das so wie bei Monkey Island 2? Asche zu Leben. Das geht natürlich nicht. War ja mal witzwert, irgendwie. Lebenszau... Aha, Lebensz... Lebende... Ach nee, geht ja gar nicht. Lebende Zaubertrank. So. Und das werden wir jetzt mal auf der Asche benutzen. Mann! So, hast du noch davon. Rostiges Schwert. Hilf mir, dieses magische Schwert zu schmieden. Äh... Hä? Schmiede? Und... Und... Können wir das aufnehmen? Na... Rostiges Schwert. Neues... Starkes... Göttliches... Ja... Hilf mir das... Ach, magische vielleicht noch. Magische? Verleckt mich doch Leute! Bereits... Bereits... Befreie... Befreie uns vom... Lähmenden Blick des Basilisken. Was ist denn... Ist das hier ein Basilisk oder was? Scherz... Brille... So, hier... Schwimmbrile. Oh, mir scheißegal, gibt's keine Schwimmbrile. Scherz... Scherz... Brille... Scherz... Hier vielleicht... Hooo... Manno! Hm... Gut, okay. Dann machen wir jetzt so radikalere Mitteln. Schlaf... Hinde... Zaubertränk... Ich hab's heute mit den Zaubertränken. Also manchmal... Äh... Ja... Unbesiegbare... Was ist denn das jetzt hier? Pff... Der pennt jetzt und... Versteinerter... Achso, vielleicht soll ich mal... Lebende... Lebende... Normale vielleicht... Lebende... Neee... 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 Normale... Ne, nicht die Brille... Die Frau hier... Normale... Mann, der pennt... Jetzt sind die wieder zu Stein geworden! Der pennt doch hier! Pff... Boah, da leckt mich doch einer fett, ey! Jetzt wird's hier aber bunt jetzt hier! So, was will Indiana Jones? Ich bin auf den Schleim gestoßen... Finde eine Möglichkeit... Und... Hier war doch irgendwo der... Ah... Da war doch der Frostblaster doch irgendwo... Hier... Den holen wir uns nochmal... Den Frostblaster... Und dann werden wir den Frosten... Und den Basilisken gleich mit... Wiew... Und die Frostblaster hier wieder... Gestohlener... Ja, natürlich ist der gestohlener... Ja, ja, ja... Jetzt... Wenn ich den erstmal... Den... Den Basilisken da... Frosten... Dann reicht's hier! So... In dem Gelände hier... Und dann reicht's hier... So, hilf mir ihn aufzubewahren. Käfig. Großer Käfig. Bitteschön. Wirftiges Abendessen in meinem Kessel. Steak. Welche Splitter haben wir denn jetzt noch? Sechs von elf. Ein Blick versteinert. Befreie uns vom Lebenden. Schmiedekunst aus der Asche. Ja, da haben wir so einiges jetzt noch auf der Agenda. Irgendwie mit der Asche hier. Das hat nicht funktioniert mit dem Lebenszaubertrag. Hm. Mit dem Schwert. Phönix vielleicht. Phönix aus der Asche. Phönix. Was wird denn geschrieben? Äh, Fabelwesen. Ja, weiß auch nicht, was er machen will. Ich will mal hin. So, der Frostblaster, mit dem haben wir alles versteinert hier. Normale. Normale. Blinde vielleicht. Das ist noch was, was mir noch einfällt. Blinde. Okay. Jetzt er selbst versteinert. Der war eigentlich schon vereist. So. Hä? Was passiert denn hier? Was geht denn jetzt ab? Ich scheine einen Virus auf dem Computer zu haben, der hier die Spiele manipuliert. So, Leute. Ich mache eine kleine Aufnahmepause für uns. Denn hier weiter. Ich muss mich erstmal akklimatisieren. Bis dann. Oh. Wenn ich mal die Bründe zackflatter, dann um den rug zu einem pitchmaker. Bauch�东 strattern. Abbau beimим Knot in meinem Es ist es eine Bründe.